Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning im Gespräch mit den beiden, ja... Der Wissensgelehrte wartet auf euch. Ebenso wie auf den Kodex. Mit dem Wissensgelehrten, genau. Ihr müsst Herren Shears Freundin sein. Sie spricht in den höchsten Tönen von euch, was so selten vorkommt, dass allein das schon eine Geschichte wert wäre. Aber lasst mich diesen Kodex sehen. Könnt ihr das hier deuten? Was wollt ihr damit andeuten? Der legendäre Kodex des Schicksals. Als die Schicksalsweber ihren Orden gründeten, stellte ihnen unser Hochkönig seine Weisheit zur Verfügung, um ihnen zu helfen. Derartiges Wissen in Händen zu halten, ist ein gewaltiges Geschenk. Aber warum hat er sich euch offenbart? Weiß ich nicht, weil ich kein Schicksal habe. Ich weiß nicht, warum er zu mir kam. Ihr habt mit Sicherheit eine Rolle in irgendeiner gewaltigen Erzählung. Vielleicht spielt ihr das Auserwählte Opfer oder sogar die weise Nerrin. Nur wenigen Kindern des Staubs wurde je eine solche Ehre zuteil. Also ich kann nur weniges entziffern, aber das hier ist seltsam. Der Kodex spricht von einer Ausnahme, einer Lücke und vom Ende der Endlosen. Das geht schlichtweg zu weit. Der Hochkönig hätte eine derartige Absurdität niemals als Weisheit dargestellt. Er ist echt, glaubt mir. Werdet ihr mir helfen? Ich bin mir sicher, dass ihr das glaubt, aber ich fürchte, ihr seid auf eine Fälschung hereingefallen. Sie mag ja nahezu perfekt sein, aber es ist dennoch eine Fälschung. Dieser Kodex erzählt von Dingen, die einfach unmöglich sind. Von Veränderungen des Schicksals, dem Tod der Unsterblichen und weiteren Ketzereien. Diese Lügen dem Hochkönig zuzuschreiben wäre einfach... Es tut mir leid, aber ich muss euch bitten, dieses Ding fortzuschaffen. Ich will mit diesen Lügen nichts zu tun haben. Na toll. Seid ihr sicher, dass er gefälscht ist? Wenn er überhaupt eine Bedeutung hat, könnte sie euch nur sein Verfasser erklären. Na gut. Was ist denn mit der Erzählung? Jedes Geschöpf hat seine Geschichte, das, was es auf seiner Reise hinterlässt. Dies ist eine Erzählung. Es ist eine Geschichte voller Niederlagen und Siege, die jedem Leben eine Bedeutung verleihen. Unsere Erzählung der Feiern reicht von der Schöpfung bis hin zu einem unbekannten Ende. Bis dahin feiern wir die kleinen Lieder, jene, die den Frühling preisen und in denen wir uns selbst wiederfinden. Okay, gut. Dann... Ah ja, hier über diesen Getflow würde ich nochmal gerne ein bisschen was wissen. Er ist eine Beleidigung unseres Volkes. Er zerstört die natürliche Ordnung und durchbricht mit seinem Krieg den Kreislauf. Ich werde kein weiteres Wort über ihn verlieren. Belästigt mich nicht erneut mit derartigem Unsinn. Ach komm. Ja, ist gut. Glianal verbringt sein ganzes Leben damit, alte Geschichten zu verehren. Doch sobald man ihm etwas wahrhaft Neues zeigt, lehnt er es ab. Es ist tragisch. Allerdings, was machen wir jetzt? Ist der Kodex wirklich gefälscht? Nein, ich verwette meine Klingen darauf, dass er echt ist. Glianal mag vielleicht ein äußerst gelehrter Scholar sein, aber es ist Ewigkeiten her, seit er etwas Neues lernen musste. Und die meisten Feiern sind nur in Vorstellungen gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen. Wenn dieser alte Narr glaubt, der Hochkönig hätte den Kodex niemals geschrieben, ist es nur umso wichtiger, dass er ihn zu sehen bekommt. Wie kann ich mich mit ihm treffen? Es wird schwierig werden. Sein Hof befindet sich in der Stadt Üsa. Und der Zutritt zu ihren Gärten wird nur wenigen Sterblichen gestattet. Ich kenne jedoch jemanden, der es euch ermöglichen kann, sie zu betreten. Ihr müsst ihn allerdings allein aufsuchen. Okay, warum muss ich allein gehen? Nyralim ist jemand, der gerne für sich ist. Und er hegt einen Groll gegen mich. Allerdings ist jemand vielleicht nicht die ganz richtige Bezeichnung für ihn. Ihn übrigens auch nicht. Nichtsdestotrotz findet ihr ihn im südöstlichen Dalentart in Kehr-Nyralim. Geht einfach immer in Richtung des riesigen Baums und... Nun ja, ihr werdet schon sehen. Okay, lasst uns zu Nyralim gehen. Oder fragen wir sie doch erstmal über sie selbst ein bisschen. Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Und wir haben doch alle gelernt, dass man seine Talente für das übergeordnete Wohl einsetzen muss. Nicht wahr? Ja, na klar, natürlich. Mach ich auch mal so. Wir sind die Bezaubernden, die Feinsinnigen und Beflügelten. In glücklicheren Tagen waren wir das Erhabenste aller sterblichen Völker. Wir verachten den offenen Krieg. Doch die Tuata führen seit Jahrzehnten Krieg gegen uns. Sie dringen in unsere Länder ein und zwingen uns, zu den Waffen zu greifen. Okay, was kannst du über den Kodex Schicksals sagen? Dieser Kodex ist nicht einfach nur ein komplizierter Wissensstein. Er scheint eine Geschichte zu erzählen, die die meisten Fein nicht hören wollen. Und er wurde von niemand Geringerem als Hochkönig Tetarion persönlich erschaffen. Interessant. Was hast du denn noch so Interessantes zu erzählen? Über den Gatflo zum Beispiel? Keiner von uns hätte den Aufstieg Gatflo und seine Armee vorhersehen können. Aber wir hätten es tun müssen. Und dafür zahlen wir nun alle den Preis. Okay. Verstehe, lasst uns zu Nuralim gehen. Ihr werdet ihn allein aufsuchen müssen. Ich würde euch ja begleiten, aber zwischen Nuralim und mir gibt es einige Unstimmigkeiten. Alles klar. Viel Glück mit Nuralim. Ja. Und ignoriert alles, was er über mich sagt. Ja. Okay. Erstmal schon. Erstmal arbeiten wir ja beide auch hier zusammen gerade. Da will ich ja nicht gleich wieder die nächsten Probleme haben mit der Person, mit der ich arbeite. Aber trotzdem bin ich vorsichtig. Nicht, dass der andere doch noch ein bisschen Recht hat. Wäre ja auch blöd. Wenn wir hier mit von unseren eigenen Leuten ein bisschen verarscht werden. Ich weiß es nicht. Wir kennen die ja alle gar nicht. Aber wir machen uns mal auf den Weg. Dann, wo wir hin sollen. Und wir sollen hier hin. Dann gehen wir mal hier nach Aoth. Aoth. Keine Ahnung. Ähm. Hier. Ja. Aber will ich da denn rein? Ist es nicht besser, wenn ich hier fürs Wasser paddel und eine Runde drehe? Weil ich glaube, ich weiß nicht. Oh, da ist noch so ein Stein. Den nehmen wir mit. Und der Baumeister. Während die Gestaltgeberin die Ebenen mit Hügel und Weizen überzog und der Baumeister die Wüsten mit sorgfältiger, ruhiger Hand formte, stand der Dritte der Majestätischen in der irdenen Wiege und betrachtete den Glanz ihres Werks. Er war der Architekt. Und er trug einen Traum in sich. Die Form des Wachstums. Eine von der Natur geschaffene Form. Einen Ort des wilden Überflusses in vollkommener Harmonie. Und weg waren sie. Eisige Feinklingen. Eisige Feinklingen benutze ich übrigens auch gerade. Ich habe mir nämlich eine Gämme geschliffen nach der letzten Aufnahme. Und habe meine Feinklingen, wo halt eine Fassung drin war, habe ich da immer schön aufgemotzt. Deswegen leuchten die jetzt schön. Das sind aber dieselben, die wir zuletzt auch benutzt haben. Und wir sollen hier immer weiter südlich laufen. Und hier sollen Gegner kommen. Da waren keine Gegner dann mehr. Das geht dann doch ganz schnell. Ich finde das super mit dem Bogen. Mir macht das echt Spaß. Ich habe mich an die Waffe auch schon sehr gewöhnt. Aber ich hoffe auch immer, dass ich noch bessere Bögen über die Zeit natürlich finde. Dann gehen wir da mal hin. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Jetzt bin ich ja doch gespannt. Neue Orte sind ja doch immer auch was Besonderes. Eine weitere sterbliche, aber nicht wie die anderen. Ihr seid hier willkommen. Nyralim hat euch erwartet. Nyralim spricht nur selten und verliert noch weniger Worte an die Kinder des Staubs. Ihr seid eine bemerkenswerte Ausnahme. Nyralim würde euch nicht erwähnen, wenn es sich nicht um eine dringliche Angelegenheit des Schicksals handelte. Ihr solltet selbst mit dem Weisenbaum sprechen und herausfinden, was vorhergesehen wurde. Okay. Äh, ich lasse es mal hier mit dem reden. Aber was ist denn Fürsorger? Wir kümmern uns um den Baum und sorgen dafür, dass er stark und prächtig wächst. Aber wir sind mehr als nur einfache Gärtner. Es ist eine Ehre, zu jenen Auserwählten zu gehören, die im Schatten von Nyralims Weisheit meditieren dürfen. Die ihn pflegen und sich mit seinem Geist verbinden. Also sind das... Geht in Weisheit. Sind das eher so... Ist das ein friedliches Naturvolk, ja? Also ich finde das schön. Ich lasse es aber mal mit allen, die jetzt hier auf meinem Weg sind, mal zu reden. Es wird zu lange dauern. Die Maid, überzeugt von Orléans Bedrohung, willigte ein, die Stadt zu befreien. Man dankte ihr mit lobendem Wort und ruhig schlich sie sich fort. Als die Kranken waren genügend, möge deine Weisheit als Böse besiegt, kehrte Olen zurück in das Land. Gefundene Magie als Geschenk in der Hand. Kommt näher, kleine Absonderlichkeit. Der Baum redet mit uns. Äh... Ist Nüralim der Baum? Oh. Toll. Reden mit Nüralim. Die Sonderbare sucht einen Weg zu den Pfeilen, hat jedoch stattdessen zu den Ästen des Weltenbaumes gefunden. Hut euch aus, Schnelllebige. Damit ich euch betrachten kann. Wer seid ihr? Oder was seid ihr? Seht euch um. Alles, was ihr sehen könnt, bin ich. Meine Wurzeln erstrecken sich über ganz Dalentart. Und meine Blätter lauschen den Winden, die von überall zu uns lehen. Von der Eisbruchküste bis nach Alabastra. Meine Familie und ich umschließen diese Welt. Wir waren noch Schößlinge, als eure Art aus dem Dunkel trat. Und wir werden mit euch wachsen, bis diese Welt erneut brennt. Ich muss den Hochkönig sprechen. Ihr wollt mich betrachten? Warum? Meine Wurzeln erstrecken sich tief und weit. Und ich habe gehört, was euch hierher führt. Ich kann jedoch nicht sehen, welchen Weg ihr von nun an einschlagen werdet. Die Zeit der Feien läuft ab. Ich muss sie in ihrer Dämmerung behüten und sie vor der Verdorbenheit des Prismäer beschützen, die ihre Art befällt. Die Gärten des Schicksals liegen offen vor mir. Und alles, was jemals sein wird, ist in ihren Blüten sichtbar. Üsars Ende, begraben unter Prismäerklingen, steht schon seit jeher fest. Ich kann die Flut nur zurückhalten. Ihr hingegen. Ihr könntet die Gezeiten möglicherweise ändern. Wo auch immer ihr hingeht, kennzeichnet ihr alles durch eure Berührung. Bevor ich euch helfe, muss ich eines wissen. Werdet ihr eine behutsame Gärtnerin sein? Oder eine achtlose Schnitterin? Hm, was braucht ihr? Ich kann das Schicksal Üsars ändern. Wie alle Schnelllebigen seid ihr begierig darauf zu handeln. Ich jedoch möchte sehen, wie ihr vorgeht. Ein Stamm von Trollen wurde durch den Prismäer verdorben. Ihre Matriarchin, Gnarsch, hat die Clans vereint und damit den ersten Schritt auf dem Weg zu Dalentars Runtergang gemacht. Ihr könnt dieses Schicksal verändern. Doch mit welchem Ergebnis? Ihr könntet dadurch eine noch größere Gefahr heraufbeschwören. Wie eure Verbündete, Ardyn Schirr. Er weiß also schon Bescheid. Ardyn Schirr ist keine Bedrohung. Was wisst ihr über sie? Sie beschreitet einen dunklen, verworrenen Pfad. Einen Pfad, den ihr einst vor eurem Tod gemeinsam mit ihr beschritten habt. Doch euer Weg ist allein der eure. Vernichtet Gnarsch, beseitigt die Verdorbenheit des Prismäer. Dann werde ich erkennen, wer ihr seid. Wenn auch nicht, zu wem ihr letztlich werdet. Okay, wo ist Gnarsch? Ihr findet die Trollmatriarchin und ihre Brut in Haxi. Ihre Verdorbenheit verbrennt meine Wurzeln und bedroht unsere Zukunft. Das will ich nicht. Dem werde ich auf jeden Fall helfen. Die Trollmatriarchin. Der Prismäer hat sie verdorben und sie grausam, gerissen und weitaus ehrgeiziger gemacht, als es ihrer Art entspricht. Mhm. Sie trägt die Zeichen der Tuatha und teilt ihre mörderischen Absichten. Okay. Was ist mit Nuralim? Ich bin so, wie es die Weltenbäume schon seit Anbeginn der Zeit waren. Ich beobachte. Ich begreife. Und ich erinnere mich. Ich mag den Weltenbaum. Ich mag sowas sowieso. Und ich finde das ganz schrecklich, wenn ein Film, so wie bei Avatar oder sowas, dann so ein Baum dann stürzt und, oh, ganz schlimm für mich. Deswegen werde ich dem auf jeden Fall helfen. Und das ist ja auch anscheinend ein friedliches Naturvolk. Also warum sollten wir gegen die sein? Alenjir. Alenjir ist ein Mysterium und ein offenes Buch. Sie ist auf eine Art entschlossen, wie es nur wenige Schnelllebige sind. Ihre Hingabe ist echt, aber ich kenne ihre Beweggründe nicht. Hm. Gemeinsam habt ihr unter meinen Ästen dunkle Pfade beschritten. Vor eurem Tod kanntet ihr einander oder ihr dachtet, ihr würdet euch kennen. Also ist sie so eine wie ich und sollte vielleicht auch getötet werden? Hat sie vielleicht sowas ähnliches? Ist sie was ähnliches wie ich? Ich weiß es nicht. Geht eures Weges und achtet auf eure Verbündete. Ja. Okay. Gut. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Ich frage mich auch, ob hier ganz viele sind, denen wir noch helfen sollen oder leben die wirklich hin und helfen dem Baum? Leben in seiner Weisheit, was, wie gesagt, sehr schön ist. Selbst wenn hier noch weitere Quests kommen sollten, die kann ich ja immer noch so für mich lösen. Mal wieder keine Reagenzien gefunden. Aber denen geht es anscheinend gut, den Fürsorgern, wie sie sich hier nennen. Wir müssen jetzt hier wieder raus. Wir sollen Gnash besiegen. Den Haxi. Das wird auch toll. Das klingt super. Aber was tun wir nicht alles, um weiter zu kommen, stärker zu werden und zu entwickeln. Wieder zurück in den Siede. So, dann werden wir mal die Karte benutzen und etwas schneller reisen wieder hier. Ab zu den Sundor-Höhlen. Von da aus sind wir ein bisschen schneller schon. So, dann drehen wir mal einmal um. Und machen Kehrt. Können wir das so ein bisschen hier austricksen? Können wir hier runterspringen? Irgendwo? Nee. Ah, schade. Schade, müssen wir wohl die Gegner töten. Dann ist das so. Macht ja nichts. So, gehen wir hier an den Schrein. Ich bin ran. Ich behalte halt mein Schicksalskraft gerade so ein bisschen für mich. Ach ja, nette Gegend hier. Gehen wir mal hier die Brücken entlang und es wird bestimmt nicht schön hier. Sehe ich jetzt schon. Ach, nö. Gehen wir mal hier. So, der fette Fels-Troll hier. Das denkt er sich hier eigentlich. So, das nehmen wir mal alles mit hier. Das ist ja super. Ja, wenn das so schon hier anfängt, dann freue ich mich natürlich. Dann freuen wir uns doch einfach mal. Ui, ui, ui. Wo geht's hier hin? In den Haxidamm. Autsch. Sag ich jetzt schon mal. Naja. Komm. Wir haben schon anderes geschafft. Ich dachte mir schon, dass ich euch hier finden würde. Echt? Was machst du denn hier? Dieser verdammte Baum hat mich geschickt. Seine Wurzeln und Zweige erstrecken sich über den gesamten Wald. Aber ich hatte gehofft, ihr würdet ihn genug ablenken, damit ich unbemerkt vorbeikomme. Er sagte, wir sollten diesen Weg gemeinsam gehen. Er dachte wohl, ich könnte euch helfen, oder vielleicht auch ihr mir. Äh, ja, und? Ist das keine gute Idee, oder was? Ähm. Ja. Ich bin Gnarsch noch niemals begegnet. Trolle und Dokhalfer laden sich nur selten gegenseitig zum Tee ein. Aber wenn sie die Matriarchin eines Clans ist, könnt ihr davon ausgehen, dass sie ausgesprochen stark ist. Und wenn sie so verdorben ist, dass es sogar Nyralim beunruhigt, muss sie eine deutlich größere Gefahr darstellen als die meisten Trolle. Ja. Wir sollten Gnarsch nicht warten lassen. Das sehe ich auch so, aber ich hoffe, dass du jetzt auch wirklich mit mir kämpfst und nicht mich jetzt irgendwie verrätst oder, ich weiß nicht, hier deine eigenen Pläne nur verfolgt. Trolle sind normalerweise nicht derartig gut organisiert. Selbst die größten Clans bauen ihre Höhlen niemals so tief. Ja. Während du redest, müssen wir uns aber um den hier, glaube ich, kümmern. Das ist dein Enfemm. ist ein Enfemm. Das ist dein Enfemm. Da war es, Entschuldigung! Die kindness Freude war es in der Kopf! Um. Das sollte reichen. Ja, das sollte reichen, genau. Das führe ich auch so. Immer mit mit dem Kram. Und dann kämpfen wir uns weiter hier fort. Wir sind anscheinend auf der oberen Ebene. Es gibt noch eine Ebene unter uns. Was machen die Tuata hier? Die Zeit ist gekommen. Oh, dass die immer so schnell sein müssen. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Färmlich. Die Zeit ist gekommen. Ein wenig mehr hatte ich schon erwartet. Das kommt, glaube ich, noch. Meine Liebe. Und ich merke jetzt schon, dass es ganz gut ist, auch zusammen zu kämpfen. Und vielleicht zwischendurch auch sich mal zu heilen. Und ach man, ich will schon wieder gar keinen Cup machen müssen. Aber das ist ja leider immer so. Wenn wir hier zusammen spielen, geht das immer so schnell vorbei, die Zeit. Aber die Dialoge fressen natürlich auch mal viel Zeit. Aber es ist doch auch irgendwie interessant. Warum konnte ich jetzt so einen Schlag von oben machen? Sollten diese Trolle jemals angreifen, könnten sie dabei halb Dalenthal zerstören. Oh, oh, okay. Ja, deswegen sind wir auch hier, um dem Ganzen ein Ende zu setzen und das Ganze hier aufzuhalten. Das sind jetzt die Letzten. Sie läuft schon hin. Ich komme nicht drum rum. Die Zeit ist gekommen. Erdraum dich. Das ist dein Ende. Meins gleich auch, wenn ich nicht aufpasse. Erdraum dich. Ich bin doch direkt reingelaufen. Die Zeit ist gekommen. Gute Arbeit. Ach, und weg sind die Trolle und Dovis hier und alles nehme ich mit. Es gibt eine Zeit, um zu reden und eine Zeit, um zu kämpfen. Wir müssen weiter. Macht euch auf den Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.